Die Hotellerie in Costa Rica ist hervorragend ausgebaut und besetzt. Vom Stadthotel über die schönsten Strandhotels oder aber die Hotels, die mit nachhaltigen Konzepten in der grünen Natur Costa Ricas integriert sind und Costa Ricas Tier- und Pflanzenwelt näher bringen. Herausstechend bei allen Hotelkonzepten ist die pure Lebensfreude und Freundlichkeit der Mitarbeiter. Hier ist der Gast wirklich noch König und Freund. Purer Wiedererhalt. Große Hotelketten sowie privat geführte Hotels harmonieren in den wunderschönen Urlaubsgebieten miteinander. Die kulinarischen Genüsse Costa Ricas können in den Hotelrestaurants bereits beim Frühstück mit dem guten Kaffee pumpen. Auch der Luxus macht keinen Halt vor den costarikanischen Hotels, wie beispielsweise in diesem Hotel in der Region Guanacaste. Hier gehört die zimmereigene Bierzapfanlage zur Standardausstattung im Zimmer. Na dann, Prost! Ob Beach, Wald, Adventure oder Citytour, für jede Aktivität gibt es auch das richtige Hotel vor Ort.